Hallo Internet! Heute bauen wir eine Heading-Komponente in Zwelter und nutzen dafür Tailwind CSS und ein kleines bisschen TypeScript. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Warum man generell Komponenten baut, brauche ich euch wahrscheinlich nicht sagen. Wenn ihr das Video anguckt, dann ist es ganz einfach, um diese Komponenten leicht überall einzubinden. Und in unserem Fall ist es so, wir bauen eine neue Webseite und da fangen wir jetzt an die Komponenten für zu bauen. Und da zeige ich jetzt euch mal, wie wir das vorhaben und warum wir jetzt eine Heading, also Heading meine ich jetzt H1, H2, H3, diese Heading HTML-Tags. Und die haben wir uns so vorgestellt, oben einen kleinen Text und unten der eigentliche Title. Und da wir hier nach H1 haben, nach H2, nach H3 und so weiter, können wir das am besten mit einer Komponente aufbauen. Und brauchen die dann nachher nur einfach einfügen in die anderen Komponenten, die wir dann verwenden. Und dafür machen wir uns jetzt einfach mal ein paar Stichpunkte. Wir brauchen oben einen Slogan, sag ich jetzt mal, nennen wir uns den. Diesen eigentlichen Label oder Title. Dann brauchen wir verschiedene Größen von H1 bis H6 oder H4. Die haben natürlich auch andere Schriftgrößen und Styling. Also hier oben hat der diesen Slogan, der soll nicht immer angezeigt werden, sondern nur, wenn man eine Props übergibt, also eine Variable. Und dann fangen wir jetzt mal einfach an aufzubauen. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten ins Welte. Und ich zeige euch jetzt erstmal, wie man das machen könnte. Wir nutzen auch TypeScript bei uns dann halt ein bisschen für, damit wir halt dieses Highlighting haben für die Komponenten. Damit wir wissen, was reinkommt und was nicht rein kann. Und dementsprechend baue ich das jetzt einfach erstmal auf. Ich erkläre euch dann zwischendurch, wie wir uns das gedacht haben. Dafür habe ich hier den Browser auf. Hier sehen wir dann nachher, wenn es fertig ist, wie es aussieht. Ich lasse jetzt einfach nochmal Figma auf. Also als erstes würde ich sagen, um Variablen ins Welte zu exportieren oder auch zu übergeben, muss man diese erstmal exportieren von der Komponente. Das macht man ganz normal mit Export. Export. Und dann soll ich jetzt einfach machen. Let as. Also as ist so viel wie dieser Tag. Tag. Und dann können wir jetzt einfach H1 schreiben. Da macht mein Koper da schon alles richtig. Default-Wert ist eine H2. Also das ist der Default-Wert. Eine H1, die verwendet man eh nur einmal auf der Seite. Und dementsprechend wird diese nicht so oft genutzt. Eine H2 schon öfter. Deswegen übergeben wir hier den Default-Wert H2. Also der Default-Wert heißt, wenn ich das jetzt so machen würde, müssten wir den Wert übergeben. Weil die Komponente nicht weiß, welchen Tag wir jetzt verwenden möchten. Das heißt also in einer anderen Komponente müssten wir dann schreiben S, H1 oder H2. Dementsprechend. Da gebe ich jetzt hier einfach mal einen Standard-Wert, der automatisch ausgewählt wird, wenn wir keinen Wert eintragen. So, als zweites brauchen wir den Slogan. Ich nenne ihn einfach mal Slogan. Slogan. Oh, ich vergesse immer dieses Let. Das ist eigentlich eine normale JavaScript-Variable, wie ihr die auch kennt. Da können wir ein String übergeben. Alle Feind. Oder auch Null. Nicht String, sondern String. Und hier setzen wir den Standard-Wert auf Wer. Das gleiche machen wir mit dem Title. Also hier mit diesem Haupt-Text. Nehne ich jetzt einfach mal Title. Und da kommt er gleich. Oh, da ist perfekt. Der Kropiler regelt. So, dann gehen wir jetzt mal hier hin. Jetzt gibt es hier natürlich mehrere Möglichkeiten. Wir könnten generell uns das ganz einfach machen. Das zweite. Da gibt es eine ganz einfache Lösung. Wir machen die Krokodil-Klammern. Und alles, was hier drin ist, können wir alles mit JavaScript machen. So, wenn ich jetzt hier die Template-Strings reinhauche. So, vorher sage ich HTML. Nein. HTML. Dann render zwölte uns das direkt als HTML-Tag. Ah ja. Und da seht ihr schon das Copiler hier schon. Ich mach mal Copiled aus. So. Hello World. so einfach könnte man das jetzt theoretisch schon machen muss nicht übergeben werden ich möchte nachher mit schlutz arbeiten deshalb lasse ich das jetzt einfach mal so ich kopiere da einmal aus und zeige euch das ganze macht am ende wird noch hello world ausgegeben jetzt gehe ich in die speicher das jetzt mal ab in die komponente importieren nebenbei ich benutze jetzt erstmal astro weil wir hier verschieden falls ihr euch vielleicht fragt warum gesagt wir machen hier verschiedene stacks also mit astro das welte view und projekt da bauen wir verschiedene komponenten auf jetzt machen wir aber für lost is world deswegen machen wir damit zwölte damit ihr euch nicht fragt warum benutzt ihr denn jetzt astro wenn ich jetzt wie es code control und space drücke wird mir schon direkt angezeigt hier was ich auch ein rein fügen kann wir wollen diese als zwei ist normal und wir machen erstmal normal so jetzt müsste eine h2 ausgeben da wir die als standardwert haben mit hello world ich lasse jetzt auf speicher also untersuchen seht ihr schon h2 oder habt ihr aber diesen html tag start und end und generell ist ja immer so eine sache mit dem html tag html so rennen dann je nachdem wo wir das verbrauchen ist halt nicht so nicht so vom vorteil deswegen machen wir das ganz anders wir arbeiten auch wieder mit diesen krokodilen klammern sagen jetzt aber so und jetzt können wir damit arbeiten jetzt sagen title das ist mal abspeicher aber jetzt können wir schon hingehen und sagen title ihr seht hat wir gar kein text hier wenn wir jetzt auf title und hier hello world eingeber aber wir haben kein h1 deswegen müssen wir hier auch ein h1 angeben natürlich nicht so wenn man so und jetzt haben wir auch nicht diesen diesen text start und end ein bisschen sauberer nach dem html und generell auch wahrscheinlich schicker und für uns einfacher machen wir mal weiter so bauen wir das so auf machen wir das so geben generell den slot aus also slot heißt wir können hier den title angehen ich kann jetzt aber auch hingehen und sag hier span ich bin ein slot jetzt abspeicher seht ihr ich bin ein slot und das wieder als span dann aussehen und das wird hier in dem slot halt gerendert und so funktioniert das ganze jetzt passen wir uns das mal genau an das ist jetzt erstmal drinnen so hier das stört uns jetzt nicht jetzt machen wir einfach ein paar abfragen wir können auch und die feind und die feind und hier machen wir auch und die feind und die feind so dann können wir ganz einfach abfragen wenn uns der slogan oder der title übergeben wurde dann render das ansonsten verwende einfach den slot oder lass den tag leer und das machen wir auch wieder mit einer überfrage 11 slogan da wir den ja oben haben wollten packen wir den auch als erstes rein wo haben wir den wo haben wir den wo haben wir den wo haben wir den und sagen wir hier span und das slogan Jetzt sind die Error-Messages auch schon weg und die können wir jetzt natürlich stylen, wie wir möchten. Ich mache jetzt noch mal einen weiteren für den Titel. Jetzt haben wir schon den H1, jetzt fehlen natürlich die Klassen noch und mit Styling, wir haben natürlich für unser Design haben wir spezielle Farben und Größen ausgedacht, die Farben haben wir hier schon angelegt und in Tailwind hinterlegt, also wenn ihr euch fragt, woher die Farben kommen, kommen einfach hier von. Dann fangen wir jetzt mal an. Da machen wir hier eigentlich gar nichts. Hier machen wir das. Oder ne, warte mal. Wir müssen auch noch, das müssen wir auch noch haben. Wir haben hier, sagen wir mal eine H2 mit dem Slogan. Die hat eine ganz andere Größe als, ich sag jetzt mal, das ist auch eine H2. Die ist aber viel kleiner. Dementsprechend nennen wir das Display, er ist Display und das wird dann Boolean. Dann machen wir hier nochmal Export. Let as display. Dann weiß man, oh ok. Oder wir machen das ganz anders. Wir machen das ganz anders. Wir gucken, sobald der Slogan... Brainstorming. Ist das zuviel? Oder machen wir die Größe automatisch nach Slogan? Wir gucken erst mal so, ich mach das erst mal so. Und dann sagen wir hier, Klaas... Also wir wissen generell, wir haben diese Farbe, wir wollen Uppercase haben, wir wollen immer diese zwei Zeichen hier davor haben, das können wir schon mal alles machen. Das wird dann so. Werteil, Klaas und das Text-to-Keys, Uppercase, Uppercase, Text, die Größe wird 20 Pixel. Warte mal ein bisschen, da ist ein bisschen Brainstorming. Entweder gehen wir Display aus, oder Slogan, dann wird ja aber generell... Ja, so machen wir. Wir machen das so. Ohne Display, glaube ich. So, dann haben wir das richtig. Schauen wir einfach mal. Slogan. Slogan machen wir jetzt einfach mal. Design & Development. Speichern das ab. Okay, da sehen wir schon. Das sollte auch ein Block sein. So, damit das in die neue Reihe rutscht. Und jetzt können wir gucken. If Slogan. If Slogan. Ternary Operator. Wenn der Slogan angegeben wurde, dann wissen wir, dass so gesehen eine Display H1 und die geben wir dann eine bestimmte Größe. Da sagen wir dann, If Slogan möchten wir eine Größe von Text. Text. Jetzt muss ich bei Tablet mal eben gucken. Front Size. Was haben wir hier? 5XL. Das wird 5XL. Text. 5XL. Ab Desktop sagen wir dann. Text. Da haben wir das. 96 Pixel. 8XL. So richtig schön fett sein. Ja. Das ist gut. Dann sagen wir noch. wenn kein slogan hat dann gibt uns die normale größe aus und die sollte 40 sein 40 pixel gibt es nicht um die 36 text oder 4x 4x so dann können wir hier sagen klaus damit haben wir eigentlich schon automatisch unsere textgröße gesetzt was ich aber auch noch generell möchte was nichts mit der größe zu tun hat ist dann wieder die textfarbe deswegen nehmen wir wieder unseren ternary operator und sagen hier text ist title also die textfarbe ist title das ist dieses weiß plus das und dann sind wir eigentlich damit so wie ich jetzt hingehe seht ihr schon von bold und so die sollte aber nicht da sein und normal und somit haben wir schon unser 1 im gröbsten gemacht was wir allerdings noch möchten ist dass wir auch eine klasse übergeben können also wir sagen jetzt auch ich nehme mal eben den slogan weg um zu gucken ob das funktioniert so funktioniert jetzt müsste die halt 36 pixel 48 pixel groß sein 4xl genau und dann funktioniert schon mal und so müssen wir jetzt für die weiteren und dann sehen wir uns gleich wieder und dann sehen wir uns gleich wieder dann sehen wir uns gleich wieder Jetzt habe ich das hier ein bisschen abgebaut, ich erkläre euch noch mal hier mit diesem Klass und den Props, also generell müssen wir nicht unbedingt eine Klasse übergeben, also die wird auch gar nicht hier erst angezeigt, wie ihr seht, im Highlighting und das sind so die versteckten Props, sage ich jetzt mal und die können wir hier in zwölf mit $Dollar Props aufrufen. Da kann man auch noch die Slots nehmen, wenn man zum Beispiel Named Slots hat oder so, könnte man jetzt hier zum Beispiel $Dollar Slots und dann den Slot Name und dementsprechend den Slot rendern, mit dieser EF-Abfrage. Also einen fertigen, den man schon hat. Und so funktioniert das und ich hoffe es hat euch gefallen, wir können noch mal drüber schauen, wenn wir jetzt sagen Slogan, nochmal Design & Development, dann sieht das so aus. Die Font selber ist jetzt die Standard-Font, da ist jetzt nichts gemacht. aber wenn ich jetzt hier hingehe unter H2, dann sieht das wieder so aus. Ja, H3 hat dann gar keinen Zogen, der hat dann gar keinen. Das gleiche gilt für die E4. Und ja, so funktioniert das. Ich hoffe es hat euch gefallen. Nächstes Video, schauen wir mal was wir machen. Tschüss! H3 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 H6 H4 H3 H5